Einen wunderschönen guten Tag wünsche ich und heute, wie verschicke ich einen Handhang in Gmail im Browser? Zuallererst loggen wir uns ein auf gmail.com. Dann öffnen wir eine neue Mail. Links in der Ecke auf Schreiben. Es öffnet sich ein kleines Fenster. Ich bevorzuge die größere Variante. Dafür vergrößere ich das Fenster über die Vollbildtaste. Wie gewohnt beantrage ich ein die E-Mail-Adresse, die benötigt wird. In dem Fall schreibe ich mir selber eine. Betreff Information zu den Daten, die ich verschicke. Kurz und bündig würde ich hier empfehlen und nun Information in der E-Mail selber, wenn man den möchte. Nun zum Datenanhängen. Im unteren Bereich befindet sich eine Büroklammer, Datei anhängen. Wir suchen sie aus. Es öffnet sich der Explorer. Dort kann ich in meinem Verzeichnis nach der richtigen Datei suchen. Bei mir ist sie. Diesem PC, Dokumente, Info gespeichert. Die benötigte Datei wähle ich aus mit einem Links-Klick und auf Öffnen. Wahlweise auch ein Doppelklick. Hier sehe ich unten wie der Datei jetzt hochgeladen wird. Sobald es fertig ist, steht die E-Mail bereit zu versenden. Das war es auch schon. So verschickt ihr über Gmail im Browser einen Anhang. Ich wünsche euch einen guten Tag. Bis demnächst.